Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Saints Row. Ich wollte Aufträge angucken. Nein. Wir müssen besprechen, wie wir unsere Grube zahlen. Achso. Ärger anziehen. Äh, warte. Ach, das ist der Scheiß von Eli. Oh, nein. Aha. Da muss man diese ganzen Nebenkacken machen. Na gut, guck mal, was das für eine Scheiße wird. Aggressives Anwerben. Ich war gerade an der Church. Ich gehe nicht zu Fuß, Nina. Du kannst ja ganz kurz gehen nochmal. Jetzt haben wir auf einmal den Truck. Das ist einfach random oder was? Nur, Alter. Das stimmt gar nicht. Ich mache die ganze Arbeit und ihr sitzt back und macht nichts. Witzig. Was hat denn der für ein Problem jetzt? Wenn wir diese Leuchtturmwerte, die einen verfolgen müssen und sich dann wundern, wenn man sie in den Arsch schießt. Ich habe mein Haar in meinem Gesicht, ich habe mein Haar in meinem Gesicht, ich habe mein Haar in meinem Gesicht. Das ist ein Neues. Ich habe mein Haar in meinem Gesicht, ich habe meine Haar in meinem Gesicht, ich habe mein Haar in meinem Gesicht. Oh nein. Können wir die nicht einfach über den Haufen fahren und so tun, als wären wir gar nicht da gewesen wären? Was hast du gesagt? Redhead? Könnt ihr zu zwanzigsten mal einen Kopf kaputt machen? Oh nein. Ich würde ja gerne den Bereich Shooting. Das Problem ist, dass die immer alle in dem Bereich des Shooters drinstehen, weil ich würde das sagen. Ja, und ich? Muss ich jetzt wieder irgendwie blöd in der Gegend rumballern, oder? Was ist denn jetzt los? Ähm, Nina. Meine Fresse! Ich will mich ja nicht aufregen, aber ich reg mich jetzt auf. Was ist denn das? Oh! Perfect. Awesome. Nina? Time to lose'em. Ja, zu easy. Hang on, while I reload! Damn. I'm broke. Freeze! Huh? Oh! Ich weiß nicht, dass ich den Monat. Ich weiß nicht. Oh. Die Lelahe Mafia! maximize ja! Die nennen uns die Lilahemd-Gang-Mafia. Was soll das? Wir sind Imperium Stufe 2. Oh nein. Hey, was's up? Keine Ahnung, what's up? 40.000 habe ich erst wieder. Ups. Au. Warum ist es so dunkel in dem Spiel? Was ist denn hier los? Kann man als Anführer kündigen. What the fuck is that? This fucker's hogging all the sloths. I'm talking about what we're paying the crew. You mean what we're not paying the crew? Bullets and 401ks are expensive. There's a bunch of ways we can get some quick cash. Nina can boost some cars. I'll do hits. Kev can run a bake sale. I'm not sure that's gonna work. Look, man, I know I normally do savory, but I can bake the shit out of some macarons. Meerkat me. Look, if you want insured, salary killbots, we need to bring in a lot more cash. All right, so what? We rob a bank? No. We rob a train. I don't know where this is going, but it sounds like my kind of stupid. Okay, you know how banks have federal requirements for how much cash they need to keep on hand? No. Well, they do. And since the economy in Santo Ileso has skyrocketed, they have to keep bringing in more money to meet the minimums. And let me guess, they move it in by train. It's really more of a mobile fortress. Oh, good. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to hit it every time it rolled into town. But you guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh, my God. I'm so stupid. The forge. That's what they were gearing up for. Oh. So the impossible to rob train is going to be attacked by the Panteros as well. Cool. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Fucking wallabies. Yes! Okay, so it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It'll be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Oh, why? He's being detained in a privately owned prison called The Frontier. You want to break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now? Yes? What can go wrong? What the fuck? I mean, I could die. But let's be positive. Moment, 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 Moment. Der Typ, den wir in der Gittern gebracht haben, reden wir gerade von dem. Ich glaube nicht, dass der begeistert ist, uns zu helfen. Shit, that place is a fucking fortress. Der wird uns wahrscheinlich irgendwann dann auch noch wieder bescheißen oder so wetten. Wenn es der ist, wo ich denke, dass es ist, dann, äh, kann ich mir jetzt schon denken, was am Anfang vom Spiel passiert ist, wo wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Nämlich im Grab. Ich bin anscheinend ein riesen Vollidiot, wenn ich eine Handgranate benutzt habe, um meine Flasche Bier zu öffnen. Ich sollte mal dringend in die Schulung gehen, bei dem normalen Saints. Das war weird, aber okay. Keine Sau. Und das fliegt jetzt einfach da runter, weil, äh, äh, ja, Blottwist. Hilfe, mein Maus. Oh, I'll bluff my way through. I got this. I got this. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh mein, um. Hey, I don't recognize you. Yeah, this is my first night shift. Keep moving. Don't give them time to think about it. Attention guests! A reminder that all constitutional protections are suspended on Frontier property, pursuant to Congressional Secret Act number 88. You weren't at the status meeting. Das ist der Schweinepriester! Das ist doch die denkbar dümmste Idee überhaupt, den mitzunehmen, Leute! Wenn wir den... Ja, ich kann mir schon denken, warum wir am Anfang da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Der ist doch niemals interessiert, uns zu joinen. Und wenn er uns joint, fällt er uns in den Rücken. Und das wird auch der Grund gewesen sein, warum wir am Anfang da in diesem Grab gelandet sind. 100% pro. Übel. 100% pro. Weil der Kerl ist nämlich ne linke Bazille. Evening. What are you doing? Orders. Whose orders? I give the... Wait a minute. You're the one who got fired because of that museum fiasco. Fuck. Oh shit. Ach ja, das ist jetzt unsere... Falsch, ich hab kein Knife, ich hab ne Axt. Äh, ja, warum schießen die alle wie Geistesbranke? Auf den Kerl, der ja eingesperrt ist, sind die dumm. Ach so, ja, weil der so Samurai-Pizza-Cat-Fähigkeiten hat, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Folgt mehr, ich hab keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Okay, Nina. You were right. I suck at stealth. I'm gonna do my thing now. You mean shoot your way out. I mean shoot my way out. Ich war gut im Stealth. Das Problem war... Oh. Junge. Geh mal auf die Müsse. Was ist deine Mission? Oh, was ist dein Ding? Was ist das denn? Was ist das denn? Wir haben ein Raid an ihm. Wohl nicht! Die haben dich damals in der Gitter gebracht. Vielleicht haben sie dich auch in der Gitter gebracht, weil ich ihn geholfen habe, aber das stimmt nicht, es ist zu easy. Dann werde ich in der Gitter in der Gitter gebracht. Nein, ich habe versehen nicht auf dich geschossen, wenn du in meine Bahn reingelaufen bist. Ich habe eher die Befürchtung, dass du in mich turnst. Im ersten Moment, wo du es kannst, weil du ein Penner bist. Ich vertraue dem nicht. Ich finde das auch eine ziemlich bescheuerte Idee, diesen Leuchtturmwärter bei uns aufzunehmen. Ey! Jetzt nackst du! Jetzt nicht mehr! Oh nein! Ja, steig ein! Oh nein! Ja, ich würde ja gerne hurry, aber... Wir haben nur geholfen. Nein, wir haben nicht geholfen. Oh! Wieso? Oder leise Chantal? Du sollst Sven einfach mal die Flugzeuge erschießen. Nice, man. Was zum Teufel haben wir gerade getan? Fett solltest du dir andere Klamotten anziehen, Dutch für Arme. Okay, das ist viel generös. Aber ich bin bereit, dass es besser ist als was sie dir in der Frontier sind. Ich erhebte es. Und meine Freiheit. Selbst wenn du derjenige, der mich da hat. Oh, verdammt. Ist das ein Problem? Ich weiß, was es fühlt sich zu werden, um die Befürchtung zu folgen. Das klingt wie eine hellige Geschichte. Es ist. Willst du mir erzählen? Wir sind nicht Freunde. Wir könnten sein. Ich würde gehen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich vernau den nicht. Jetzt macht er ein auf angeschossenes Pudelchen und dann ist er ein Leuchtturmwerter. Sehr merkwürdig. Aber gut, vielleicht täusche ich mich ja. Ja, kein Wunder. Ich habe auch den in ihren weißhemigen Heinzi umgeschnüppeln. Ah ja, ich muss Donuts holen für eine Teambesprechung. Hier für den Schmarrn. Brauche ich? Muss ich noch andere Sachen machen? Ja, hier auch. Gut, das machen wir dann erstmal im nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und bis zum nächsten Mal. Wie immer. Ciao. 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 Ciao.